Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 26. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1255. Heute mit den folgenden Themen Logitech, 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 Dynamic Island, Fitbit, Revolut und Wearables. Ich starte gleich mit dreimal Logitech, es sind viermal, es ist ein paar Mal Logitech. Zum einen hat Logitech das neue XLR-Mikrofon, das Blue Sona, vorgestellt. Das ist ein Mikrofon, das unter dem Logitech-Brand rauskommt von der Machern von Blue, die sie ja vor einigen Jahren aufgekauft hat. Und man wusste, dass das über die Zeit mit integriert wird, sprich, dass dann die neuen Produkte unter dem Logitech, unter dem Logi- oder Logitech-Brand rausfliegen werden. Und mit dem Blue Sona, was ja noch zumindest den Namen Blue mit dem Namen trägt, ist das jetzt auch passiert. Man wollte da wahrscheinlich den Brand, den starken, ich bin ja großer Fan von den Blue-Mikrofons, ich habe mein Haupt-Podcast-Mikrofon seit vielen, vielen Jahren. Mittlerweile zwölf Jahren ist ein Blue, das zweite auch, dann ist noch ein Shure. Ja, doch, es sind einige Logitech- respektive Blue-Produkte. Und deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, dass das Teil ein richtig gutes Mikrofon ist. Was mir daran gefällt, es lässt sich in alle Richtungen schwenken, man ist da relativ flexibel. Man hat eine Vorverstärkung mit plus 25 Dezibel, welches zusätzlichen Verstärker und solche Dinge, die man von anderen Mikrofonen, vor allem von grossen Podcast-Mikrofonen oder möchte-gern-Podcast-Mikrofonen immer herübrigen lässt. Und da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass ich das für euch mal ein bisschen genauer anschauen kann. Was Logitech auch vorgestellt hat, ist das Litra Beam. Das sind zwei Leuchtelemente, die euch helfen, euch ins richtige Licht zu rücken. Ihr könnt da professionelle Beleuchtungsoptionen wie Frontbeleuchtung, Split-Funktion, also Split-Beleuchtung, Butterfly und Ähnliches nutzen, um euch eben ins richtige Licht zu rücken. Sei es für irgendwelche Konferenzen übers Internet oder Gespräche oder natürlich vor allem, und da zielt es in die Richtung vor ganz stark, für Streamer, die das Ganze dann nutzen möchten. Der Lichtbereich befindet sich im 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin. Also somit könnt ihr da schon einiges machen. Als drittes neues Produkt, was Logitech jetzt auch endlich offiziell vorgestellt hat, ist die Logitech G-Cloud. Logitech G-Cloud ist eigentlich ein Nintendo Switch, einfach von Logitech. 7 Zoll hat das Display und damit lässt sich, was halt so macht, mit so einem Teil Games spielen. Und zwar soll man das bis zu 12 Stunden lang können. Was da alles mit drin ist an Technik, Snapdragon 720G und so weiter und so fort, das könnt ihr in den Shownotes auf daily.geektalk.ch im verlinkten Beitrag nachlesen. Ich bin echt gespannt, wie das Teil performen wird, wie das Teil funktionieren wird und wie der Absatz da ist. Ein bisschen speziell finde ich, dass das Ganze auf Android 11, also zwei Versionen zurück, basiert. Aber da denke ich, wird, oder hoffe ich doch zumindest, dass da auch bald mal aktuellere Android-Versionen mit eingespielt werden. Drüben auf dem pokipsi.ch-Blog habe ich einen Beitrag über die Dynamic Island von Apple geschrieben. Wer mag, darf da gerne mal ein bisschen reinlesen. Ich habe da ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt und einen Ausblick in die Zukunft gemacht. Und den werde ich heute noch ergänzen, um weitere Themen, die schon wieder mit aufgetaucht sind. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Gebiet oder ein sehr spannendes Thema. So rum, muss ich sagen. Als damals Google Fitbit aufgekauft hat, wussten wir, irgendwann wird das Ganze in Google aufgehen. Das heisst, dass man dann eben auch die Fitbit-Nutzer in die Google Cloud mit reinnimmt und dann wird es unschön. Soweit ist es jetzt. Parallel wird, oder besser gesagt, sagen wir es andersrum. Ab 2023 gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch mit einem Google-Konto für eure Fitbit-Geschichten anmelden könnt und dann auch die Daten übernehmen könnt. Fitbit schreibt ganz schön, dass die Daten von Google dann nicht für Werbung angefasst werden. Ja, ja, genau. Ist sicherlich so, genau. Und wie es halt immer so ist, das hat ein Auslaufdatum. 2025 ist das Auslaufdatum. Das heisst, über kurz oder lang werdet ihr dann in die Google Cloud gezwungen, um eure Fitbit-Produkte so zu nutzen. Also, wer da weg möchte, wegen genau dem, der sollte es bald möglichst mal tun, weil es gibt keinen Ausweg mehr für das. Für alle anderen, die damit fein sind, weshalb nicht, bleibt dabei und nutzt es so, wie es dann für euch passt. Zumindest bis 2025. Neuigkeiten. Und jetzt muss ich wieder mal einen Hinweis auf Gerüchteküche machen. Gibt es zum Oppo Find X6. Das ist ein Smartphone, das High-End-Smartphone, die X-Reihe, also die Find X-Reihe. Das Fünfer ist ja diesen Frühling rausgekommen. Ein Test, weil ich könnte euch in den Shownotes noch ergänzen, für diejenigen, die es interessiert. Zum Fünfer. Jetzt gibt es ein halbes Jahr vorher schon Gerüchte über den Nachfolger, der irgendwann im Frühling kommt. Der soll dann den neuesten Snapdragon Qualcomm 8 in der Generation 2 mit drin haben. Also eine neuere Generation als das aktuelle. Und er soll vor allem drei ganz grosse Kameralinsen drin haben. 3x50 Megapixel soll es laut Gerüchten da drin haben. 1x50 für Weitwinkel, 1x50 für Ultraweitwinkel und 1x50 für Telefoto. Das in der Pro-Version. In der kleineren Version sind es 2x50 und dann bei der Tele-Linse in Anführungs-Schlusszeichen nur 32. Das ist ja da, wo andere Hersteller 2 Megapixel reinbauen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit dem Silicon, Murray-Silicon-Chip dann funktionieren wird. Aber wie gesagt, ein halbes Jahr voraus und Gerüchte, wir werden sehen, wenn es soweit ist. Was leider keine Gerüchte sind, ist oder betrifft die Smartphone-Bank Revolut. Die wurde nämlich zum Opfer von einer Cyberattacke. Da haben gewisse Kunden Push-Notifications bekommen, wie mit, ich spreche es jetzt nicht laut aus, Ihr könnt es nachlesen, unschönen Aufforderungen. Damit war schon ziemlich klar, dass da jemand was drin rumgewütet hat. Revolut hat jetzt bestätigt, ja, es soll so sein. Es sollen Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern abgegriffen. Und deshalb solltet ihr noch mehr vorsichtig sein mit Pishing-Geschichten. Denn Revolut, wie auch all die anderen Banken-Apps, werden euch nie per Mail oder sonstige SMS-Daten, Whatsapp etc. dazu auffordern, euch irgendwo einzuloggen und das zu ändern oder irgendetwas. Seid bitte vorsichtig. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zum zweiten Quartal 2022. Die weltweiten Wearable-Absätze. IDC hat dazu ein bisschen Buch geführt und hat jetzt ihre Studien online gestellt. Nach wie vor haben wir Apple, Samsung, Xiaomi und Huawei, die ganz mit da vorne sind. Ja, alle anderen sind unter fernen Liefen. Somit hätten wir das von vor mit Fitbit, die da gar nicht irgendwo mit drauf sind. Ich bin sehr gespannt, ob die da wieder mal auftauchen. Wir werden ja im nächsten Monat dann die Google-eigene Entwicklung mit Fitbit zusammen, also das Pixel-Wearable, sehen. Und da bin ich schon sehr gespannt auf das Gerät, wie das Ganze dann einschlagen wird und was es vor allem auch taugt. Was gab es Neuigkeiten eben zu den Zahlen rundherum? Ja, die sind verhalten. Dadurch, dass wir Inflation und Krieg und Unsicherheit etc. haben, gehen natürlich auch die Zahlen in dem Bereich zurück. Spannend wird das, wenn das dann noch ein bisschen mehr untermauert wird und wir dann genauer wissen, wie das Ganze zurückgegangen ist. Wahrscheinlich wieder mal bei vielen Herstellern deutlich zurück und bei einem ein bisschen hoch. Aber wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in diese neue Woche. Wir hören uns wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.